mal starten war hast du soweit ja na gut dann würde ich doch mal sagen hallo herzlich willkommen hier beim gemütlichen feuer von zass die zockeranstalt zurück im wald und insel urlaub haben uns mal wieder versammelt nach einer weile letzte woche hatten wir das verrückte racing mit sonic und diese woche also mal wieder bei unseren freunden auf der insel die uns gleich wieder mit cocktails und urlaubsplanung begrüßen werden auf ihrer insel und wir gleich noch ein bisschen den wald hier kleiner machen sind auch wieder alle da da drüben das baby und kev zwei hühner auf der stange und ja genau genau ich sag's ja da geht schwer los da kommen spieler die ersten die ersten rufe die gangbang party ruft nach yvonne der wald ruft sein der wald ruft seinen busch und ich würde sagen geben wir jetzt noch mal ein bisschen ab an den als allseits verwirrten kev gaming der auch noch mal seine community begrüßt die er immer so mit seinen total durcheinander gebrachten links und postings auf facebook immer so begeistert schon vor lange nicht mehr passiert naja auch von mir natürlich erstmal hallo zusammen und endlich geht's weiter aber hier mit unserem kleinen abenteuer im wald da wo alles begann und nach dem verrückten racing geht's heute nur um verrückte wald bewohner wie auch immer und ja aber schaut was wir heute in der kurzen zeit haben wir die gibt es etwas kürzeres jetzt schon mal aber das ist einfach da mal dass ich heute mal ein bisschen weniger zeit habe und ja ob die anderen beiden noch mal weiter weiter machen das schauen wir dann kann ja markus mal sagen die noch dann ist noch ein bisschen was machen und dann mit einem stream noch bisschen was zu sehen ist so hilfe von hopper die tür vor die nase zu jeder zu den leuchtenden fackeln da hinten die warte ich schlaufe dich da hinten das habe ich natürlich nicht gesehen da kommt schon auf die zu der will dich küssen der liebt dich aber er hat ja romantisches licht mitgebracht ich stehe jetzt auf kenneleid immer kenneleid döner ja da bin ich für zu haben ja ich bin mal weg hier die wollte aber die haben mich ganz so lieb ja ich habe den einen gerade durch den sound geprügelt auch nicht schlecht ja das geht ja habe ihn so hart in die fresse gegeben dass er durch den sound geflogen ist ja ja das gibt also durch den sound durch geschlagen okay ich dachte dass du dir durch den sound prügeln kannst ist ja nichts neues ich meinte er ist von mir weg geflogen und durch den sound durch geflogen durch den geschlossenen sound käft game in unserer nachbarschaft streit durch den gartenzaun kommen wir das ganze mal von oben an ich weißen mit monotons und bewerben sich aber dabei selber wir sollten mal machen ich habe leider keine mehr kann man die eigentlich mit einer zwille abschieben bestimmt ich habe ja auch noch arme 1 2 3 4 hier sehe ich auf jeden fall gerade noch und irgendwas kreischt noch in die nacht hier ich nehme was bringt euch mal was mit rein ich zieh dir mal durch den zaun frischer arme aua aua ich habe es aber mindestens da muss zumindest einer geht wieder gut los kommt zurück gibt es wieder ärger mit den nachbarn ein bisschen wasser trinken wir sollten ja eigentlich jetzt mehr als glück haben oder nicht da haben wir jetzt hier noch ein paar als ein paar dinge aufgestellt ja so können auch nicht mal pennen ist noch nicht mal halbvoll baby ist todesmutig und macht das tor sie sind alle an der seite tschüss baby ich werde zu machen scheine 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 ich habe angst vor ein einzigen wir haben wir haben doch dich schafft das schon ob das ja noch eine kussin ist ja ich habe ja gesagt dass in mehrere so da hinten fiel noch eine menge steine ich bin mal nachschub markus du wolltest ja schon immer dass der was zu füßen liegt ja jetzt nicht vorher zu teilen guck mal wie es beinchen hebt wenn ich jetzt etwas aus will ich das beinchen hebt ja aber ich bin jetzt hinschrank oder so cool dann stell doch ein auf ja das ist jetzt der nächste plan an der sache ich habe kaum noch gesundheit das ist das problem an der sache ich habe keine medizin mehr wir müssen mal wieder zum flugzeug oder so und mal ein paar koffer aufmachen nur in der nacht ist so schlecht das ist nicht so die beste idee großer schrank war das egal geht auch kleiner schrank beides geht ein großer schrank passt halt nur mehr rein so 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 ich habe du musst du klaus und dickerchen aus dem weg durch den weit vor unserem war oder muss die klaus und der papa der werdende vater jetzt wenigstens mal hey wo was sind wo ich hasse das dass das nicht richtig geht mit dem tor zu machen ich hasse das dass du da mal so ultra genau an dem einen einzigen punkt stehen muss damit das trotz gemacht werden kann ich kann nicht viel machen gerade gegen schlack ab ist es weg wenn wir ziehen sowas von unten die kann ich nicht erhöhen ohne jetzt ohne medizin das war ja das war mir was klar dass du mir jetzt der herz und mich doch die versuchst du kannst du hast so weit warte mal ich mache war ich mache jetzt extra den kill ich komme zurück ich versuche bis über die team zu besorgen mir es ist es So, hab ich alles soweit. Warte, das ist ne... die wollen hier steht noch einer ich hier nix kommen weg fragt das ding wieder ein das kann ich bei ihr nicht so wie gesagt eigentlich müsste ich jetzt alles hier ist noch mindestens einer ok dann komme ich mal zurück findest du dich zurecht ja ja ich muss ja nur allerdings folgen ich habe so ein bisschen medizin mitgebracht ich weiß was auch auf deinem weg sind jetzt gerade zuletzt hier kommen sind zwei bei monster ganz großen ich gucke euch das ist noch sich nichts ich glaube es hat mich entdeckt es kommt mit gespreizten beinen auf mich zu sehr froh dass es noch so was gibt oh nein was zum zweifel ist bitte was bei mir steht hier sammeln lewis mir steht nur asenfell steine stöck und baumstelle ja nicht so dass ich bei mir auch wo steht er noch drüber sammeln sie lewis mit 40 mal google doch mal war hier nicht eigentlich mal ein bärenstrauch in unserem online als dort gerade ziemlich weit weg hat auch keine tun mit h ach da ist was steht immer wieder kann so er steht auf jeden fall was großes vor der tür der babys ja ab doch so achtung es hat schlechte lud vor unserem lager gedruckt ok baum stemme So, man will gerade jetzt ein bisschen blöder rauszugehen, ne? Ringfügig. Ach ja. Entschuldigung. Oh, es wollte drüber springen. Das Tee-Bee ist schon drin. Oh, das ist schon drin. Ja. Wozu soll ich Blätter sammeln? Ein bisschen Mutter-Tanten-Rüstung. Das Stickerchen ist noch unterwegs. So, einmal raus bist du bitte. Oh ja, Bami, du bist bei uns jetzt im Pfingstrand. Komm her, Bami, ich hörte dich. Ich werde von einem Arm sie beobachtet. Und noch ein... Oh, oh. Ach, Ratter. Für die hinterher rennt. Oh, jojojojojoj. Alter, wie es einfach mal komplett ausrastet. Jawoll, hab's. Jawoll, hab's. Boah, Yvonne ist wieder... Todesmutige unserer Gruppe. Ja, ja. Vorsicht, hinter dir! Hinter dir! Das sind doch diese Baumkrabbler. Ja. Einer ist tot. Ja, wie leider tot. Und Kev, der hinterlistige, greift sie von hinten an. Das wäre bei dir und Baby, von hinten ist am schönsten. Ist es das, Yvonne? Würdest du das bestätigen? So. Arme, Arme, Kopf und Beine. Lecker, schmecker, so muss es sein. Arme, Arme, Kopf und Beine. Steckt sich der Kev gerne rein. Nein, ich mag es gar nicht so, aber der Markus lieber in seinem Po. So, jetzt habe ich da mal den Kopf und Arme und Beine aufgehängt. Ich habe zu essen, haben wir mehr als genug gerade. Ich hatte übrigens gestern noch mal Enrico angeschrieben, mal wieder GTA mal wieder mitmachen will. Aber er hat keine Zeit. Ok. Ja gut, wie gesagt, Renrico hat eine Freundin, der ist knalle verliebt momentan. Der wird viel zu zocken, wenn er nicht viel Zeit hat für uns. Wobei der auch immer noch GTA Online ist. Ich habe heute, das habe ich vorher gesehen, dass er mal wieder dabei war. Weil ich hätte halt mal Lust, mal so ein Video und Fotoshooting zu machen, wie du es halt immer auf Facebook-Service siehst. Solche Gruppenfotos und sowas. Weißt du, dass er uns so begleitet und uns mal ein bisschen ein paar Aufnahmen macht und zusammenschneidet. Also der Intrusse sind ja zum Beispiel statt worden von links. Der Intrusse sind ja von mir. Wobei man jetzt aber momentan ist, dass ich die Geist aufgeben bin. Von letztem Video ist kein Intrusse und Autos mit dabei, sondern einfach nur ungeschnitten hochgeladen. So. Perfekt. Das ist gut, dann kann ich die Schenke mich fertig machen. Na Kumpel. Manupel. Manupel ado